Filmreif ist ein Ideen- und Kurzfilmwettbewerb, bei denen junge Wiesbahnerinnen und Wiesbahner Ideen einreichen können, zu einem bestimmten jährlichen Motto. Also peinlich, Glück gehabt, Fußabdruck waren so ein paar Mottos. Und dann entscheidet in der Regel eine Jury, welche dieser Ideen verfilmenswert ist. Und das wird dann eben auch mit einem Filmprofi und der Unterstützung des Medienzentrums Wiesbaden gemacht. Und dieser Kurzfilm kommt dann auch auf die große Leinwand, auf Nachwuchsfilmfestivals. Wir fördern junge Menschen, Filme zu drehen und ihre Themen auf die Leinwand zu bringen. Auch Themen, die brisant sind und die man nirgendwo anders sieht, in Kino, TV und auch im Internet nicht unbedingt. Guten Morgen zusammen. Hört ihr mir mal bitte ganz kurz zu. Ich habe gestern Abend eure Handys unten im Spind eingeschlossen. Der wurde aber gestern Nacht aufgebrochen. Das heißt, alle Handys sind gestohlen. Was? Mein Leben wurde gestohlen. Was sollen meine 60.000 Instagram-Follower nur ohne mich machen? Herzlich Willen. Vielen Dank. Vielen Dank.